Wenn Sie gerade mit Matrizenmultiplikation anfangen, sich also nicht so sicher fühlen, wahrscheinlich ist das der Fall, sonst würden Sie diesen Film nicht anschauen, ist es vielleicht hilfreich, statt Zeilen mal Spalten zu multiplizieren, eine kleine Vereinfachung zu verwenden. Und zwar kann man diese Multiplikation, Zeilen mal Spalte, ein bisschen übersichtlicher gestalten, wenn man das Ganze in ein Kreuz reinzeichnet. Die linke Matrix steht links unten, 1, 2, minus 1, 2, 0, 4, 1, minus 1, 0. Die rechte Matrix steht rechts oben. Ach, erfahrungsgemäß ist es gut, sich ein bisschen Platz da zu lassen. Minus 2, 1, 3, minus 1, 2, 1, 2, minus 1, 4. Hier, Sie dürfen die Plätze nicht vertauschen, Sie dürfen auch die Matrizen nicht vertauschen, es kommt sonst etwas Falsches raus. Also die Reihenfallung muss gleich sein. Manche schreiben in das linke obere Feld, das braucht man gar nicht. Da können Sie zum Beispiel die Namen der Matrizen schreiben, A mal B, oder Sie lassen es frei, oder machen Smiley hin, was auch immer Sie wollen. Also auf jeden Fall, das linke obere Feld braucht man nicht. Und jetzt stelle ich mir hier Zeilen vor mit den Spalten, die ich verrechne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die erste Zeile mit der ersten Spalte verrechne, dann kommt das Ergebnis dahin, wo sich diese imaginären Linien treffen. Also mein Ergebnis von der Multiplikation schreibe ich jetzt dahin. Also 1 mal minus 2 sind minus 2, 2 mal minus 1 sind minus 2, minus 1 mal 2 sind minus 2, also minus 6. Dann rechne ich erste Zeile mal zweiter Spalte. Das Ergebnis würde ich da hinschreiben. Also 1 mal 1 sind 1, plus 2 mal 2, 4 sind 5, minus 1 mal minus 1 sind plus 1, 5 und 1 sind 6. Also habe ich hier 6 stehen. Erste Zeile mal dritte Spalte. 1 mal 3 sind 3, 2 mal 1 sind 2, 3 mal 2 sind 5, minus 1 mal 4 sind minus 4, 5 und minus 4 wäre 1. Dann zweite Zeile mit den Spalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel die zweite Zeile mit der ersten Spalte verrechne, dann steht das Ergebnis hier. Also 2 mal minus 2 sind minus 4, 0 mal irgendwas ist 0, 4 mal 2 sind 8, minus 4 und 8 sind plus 4. 2 mal 1 sind 2, 0 mal irgendwas bleibt bei 2, 4 mal minus 1 sind minus 4, 2 minus 4 sind minus 2. Jetzt zweite Zeile mal dritter Spalte. Das Ergebnis kommt da rein. 2 mal 3 sind 6, 0 mal irgendwas kann ich ignorieren, 4 mal 4 sind 16, 6 und 16 sind 22. Sie werden es nicht glauben, dritte Zeile mal den Spalten. Dritte Zeile mal eine erste Spalte, das Ergebnis steht hier. 1 mal minus 2 sind minus 2, minus 1 mal minus 1 sind plus 1, minus 2 und plus 1 sind minus 1. 0 mal irgendwas bleibt bei minus 1. Dritte Zeile mal zweite Spalte. Sie sehen also Matrizenmultiplikation ist etwas langatmig, mühselig und Sie können sich gleich verrechnen. Also weit im Text. Dritte Zeile, zweite Spalte. 1 mal 1 sind 1, minus 1 mal 2 sind minus 2, 1 und minus 2 ist minus 1, 0 mal irgendwas kann ich vergessen, minus 1. Dritte Zeile mal dritte Spalte, kommt da hin. 1 mal 3 sind 3, minus 1 mal 1 sind minus 1, 3 minus 1 sind 2, 0 mal irgendwas bleibt bei 2. Das ist meine Ergebnismatrix. Ich könnte jetzt also schreiben, das Ergebnis von dieser Multiplikation ist minus 6, 6, 1, 4, minus 2, 22, minus 1, minus 1, 2. Hätten Sie gedacht, dass das Ergebnis so eine wundervolle Matrix gibt. Das ist doch herrlich. Das ist doch herrlich.